Mit 16 Monaten Erhielt unser Sohn die Diagnose Diabetes Typ 1 Welche unser Familienalltag stark beeinflusste Heute ist er ein lebensfreudiger 9-jähriger Knabe Und bringt mit seinem Zwillingsbruder und seiner kleinen Schwester Viel Energie in unser Zuhause Der Diabetes benötigt grosse Aufmerksamkeit Emotionen, Sport sowie das Essen Haben einen starken Einfluss auf den Blutzucker Dank dem Minimed 780G Insulin Pumpensystem Kann Leandro heute den Alltag mit unserer Unterstützung gut bewältigen Auch Süsses ist zwischendurch erlaubt Ein Blick auf die Insulinpumpe und der aktuelle Blutzuckerwert ist ersichtlich Zusammen gehen wir gerne wandern Und sind zu jeder Jahreszeit viel in der Natur Dadurch bekommen wir die positive Energie Um auch die Herausforderungen mit dem Diabetes gut zu meistern Unser Familienalltag und vor allem die Nächte Sind dank der Advanced Hybrid Closed Loop Therapie von Medtronic viel ruhiger Das gibt uns allen ein Gefühl von Freiheit und Sicherheit Das gibt uns allen ein Gefühl von Freiheit und die Nächte Untertitelung des ZDF, 2020